wir können speichern mit sich verarschen wir können die die Giener die ins gehauen ich kann es nicht so dass es ist es ist es ist das Prozent wir können eine Rolle wir holen wir holen die Scheiß er holen die Kräfte und die off-screen bitte ja klar aber wo man es mal auf die Hälfte ja okay jetzt kann das mal endlich machst du kaum die Schmorgung mit so oft Taktik was zu lesen aber ich hab den gelesen die Hörer für mich der ist gekommen nicht schlecht also ich dachte haben gewonnen wir haben gewonnen für die ganzen Läden die wir machen muss mehr voll die ich verlange jetzt einen verdammten Endpost ich verlange nein doch nein 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 das muss doch jetzt nicht sein oder komm wir machen eine Pause oder wirklich man ich hab keinen Bock mehr nein nein Alter Mann was wie nee oh Mann los mach weiter das wusste man auch jetzt wird es ja richtig dreckig guck dir das mal an kommst du denn da rüber ja 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 keine Ahnung unglaublich ey die ist ja gar nicht schnell ne bringen sie um bringen sie um achso da ist ne Lian achso da ist ne Lian das ist ja ja das ist jetzt hier nochmal Scheiße hier das ist jetzt noch mal so einer oben drauf ja nochmal so das I-Tippelchen die Kirsche auf der Torte hin okay bis gleich oder später ja egal was auch immer WB WB Re und überhaupt ja ja wir sind ja da ich bin Draco das ist Draco und äh jetzt geht's los es geht wieder los mit Fail Punkt Fail was ist denn jetzt los? hast du gerade gelegt? nö ich glaube nicht ich hab nichts gesehen ähm im Urlaub hab ich mein Mikro vergessen also ich war beim Kumpel und jetzt hab ich dieses Fail Mikro und deswegen nicht wundern liebe Viewer oh Gott was? der tötet dich du bist an die Stacheln gekommen ich werd hier rum ich bin auch tot werden au was soll ich da machen? wie soll man denn überhaupt da rüberkommen? du musst dem ausweichen ja warte dann spring glaub ich meinst du er wirbelt einfach hin oder wie? nein nicht wirbeln du musst dem ausweichen aber du wenn du springst bist du doch da oben nein 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 das kann nicht sein lock lock den jetzt hier erstmal ins Loch ein du musst ganz spät hier über den rüber weck den auf jetzt da naja so jetzt bist du den erstmal los ja und jetzt überall Stacheln ja einfach geradeaus durchlaufen würde ich sagen ich will schnell schnell durchlaufen versuch das mal ja das ist cool das ist echt cool der muss einen wirbeln ich sag's dir spring mal nix das Loch ein er ist tot ja tatsächlich wir sind gleich wieder game over ja ich vermute jetzt kommen hier richtig die pro level pass mal auf ja kommen wir auch ich bin da doch auch schon vorbei gewesen letztes Mal ja weil ich gestorben ach so der killt ein ich will hä ja wie geht das da sind überall verdammte Stacheln guckte mal an wie wir das letztes Mal gemacht haben ok ja 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 wir haben es jetzt in Italien nachgeguckt und es ist unglaublich schlecht es ist wirklich unglaublich schlecht da kann man also wenn wir nie ein Leben drauf woher wie soll man das wir wussten ja im ersten Teil nicht mal dass man sich drehen kann wir wissen dass so was jetzt geht also das ist echt liebe Viewer wir haben nachgeguckt in einem Speedrun wie das funktioniert ich hoffe ich schaffe das jetzt eben da das geschafft und jump ja man kann danach nach dem Rad kann man sich natürlich nochmal äh kann man nochmal schenken ist ja normal eigentlich das ist neutral boah das ist doch ja das ist eklig aber hm warum bin ich gerade ja ich hab den getötet ne hast du gesehen oh alter ey ja ich bin so kurz davor das hier mit Save Stats zu machen hehehehe hehehehe oh Gott hier bin ich letztes Mal gestorben oooh zu früh ich sag dir wir werden so oft verkacken an dem Levels sagen wir dreimal Game Over Save Stats ne zweimal Game Over Save Stats das ist für den Viewer auch nicht cool wenn der hier sieht wie wir hier na komm oh Gott verpiss dich du blöder so oh das war knapp das war so unglaublich ja du warst das TNT-Ding voll ey au schade oooh jetzt nicht um an die Decke springen das krieg ich weißt was gut ist jetzt haben wir zwei Leben haben wir? ja ich lebe noch ach so das meinst du oh Gott ja mal gucken ob du es jetzt hin bekommst voll locker ja runter ja runter oder ich will sehen was da oben ist toll hier oder die hier waren wir aber schon oder? ne oh Gott da kommt noch einer ran jawoll ich hab einfach nur keine Ahnung ah ihr seid so doof ey wenn nicht gleich welche ohne Scheiß können die sich doch so berechen bei die Jungs links springen da wahrscheinlich boah springen da ja was ist denn das ey? die machen da Bananen hin und man denkt das ist sicher ich wollte auch grad sagen springe am besten dahin wo die Bananen sind weil ich dachte das ist ne ja was mach ich hier machen kannst du irgendwie nach rechts Kamera ne es ist so behindert machen es ist richtig behindert ey würde ich den Sprung schaffen? ich glaub nicht nein geh mal nach rechts da war glaub ich auch was rechts ok das ist zu weit oben das würden wir zu zweit wissen schon ja dann muss ich nach leap of faith ist das jetzt ja was soll ich machen vertraue glaube glaube daran los leap of faith jawoll achso ich werde da links gewusst das hätte ich nie geschaffen können ah na klar mit der selben Technik wie vorher auch ja aber ich kann doch nicht springen und drehen und springen nein weil das ja höher war wir gucken gleich mal ja oh man jetzt mal gucken wie ich das dann kriege jetzt hättest du einfach weiterlaufen können eheh so wir sind game over noch einmal game over und dann machen wir echt safe stays ich hab keinen Bock mehr ich die Nerven sind bei mir echt boah du machst es dir echt einfach was ich okay okay dann nicht dann spielen wir jedes mal dahin wo wir vorher gestorben sind ja gut ja okay okay dann kein safe still wir ziehen das durch da sind wir wieder ja so und es funktioniert so wie ich es nein du fliegst einfach jetzt wieder weiter höher also links das schaffst du noch ja und jetzt musst du drehen und dann da nach links rüberspringen das schaffst du noch so das schaffst du ja okay dann noch weil du den U-Konus hast natürlich oh da ist die Hälfte das ist die Hälfte und da bin ich jetzt kommt Singleplayer ach so ja gut Singleplayer mode turn on und das ist richtig böse dazu der verfolgt dich mit Sicherheit Alter ich hab und das ist ein Rennen hallo oh die Musik switch der darf sich im Stimmen berühren oder oh das war gut schön eng geguckt ja nix ah hoch die Verlust auf dein Instinkt jawoll ja oh du bist du nein komm ich bin kein Verdeck was der kann er der kann einfach der Schubel das ist der Schubel das ist da werden wir so viel da werden wir so lange schubeln dafür werden wir nicht lange brauchen wir sind bei der Hälfte und wir können uns die Strecke mehr oder kannst du das nicht nein okay oh jetzt bin ich da das ist cool oh das ist so schwer das ist richtig schwer man ich nehm das Digitalpack glaube ich ja nimm das vor allem wenn du nach oben fliegst ist das richtig oh Gott wichtig weil sonst fliegst du links ja da flieg ich links rechts das oh man oh man du bist so schlecht ey du bist oben nur nach oben oh Gott jetzt gleich nach rechts 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 genau bis hierhin bin ich gekommen jetzt hat er sich mit mir erklärt ey Alter das ist so gemein ey Alter der ist sauschnell der Typ der kann da einfach durch der kann da einfach durch wo gleich müssen wir das alles nochmal schmieren das ist zu verhindern Alter okay du bist dort ohne Safestates ne ohne verdammte Safestates wir ziehen das durch wenn wir das nein das stimmt eigentlich das müssen wir so durchziehen es wird treция klar ich habe weiß den du 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 gibt es hier irgendwo was anderes ste Jazz aber es kam und so ist er ist eigentlich auch über den Wert so und gerade hoch ist die Besserung an der Zeit und er gehört er gehört klar das ist unglaublich klar da aber auch an das ist das ist unglaublich schwer auf Tempo zu die Auge ich habe gut durch Bananen Oh, das hast du gut gemacht Ja, du darfst dann auch nochmal failen Jetzt wird echter an Aha! Versuch dir unbedingt die Strecke zu merken Ach so Ja Vor allem, ich hab vor dem Frühstart Aber ich glaub, es juckt den gar nicht Weil du die Kurven enger nehmen wolltest Du bist nur vor ihm Jetzt geht's nur nach unten Aber fass auf vor dem Ende Jetzt Jetzt hab ich keine Ahnung mehr Verfolg einfach den Bananen Nein, du warst so gut, ey Du warst richtig gut Geht, ne? Geht, aber Ja, bis gleich Mach mal das Ganze Ich hab keinen Bock mehr Bis gleich Bis gleich Oh, und los So Ich mach mal den Anfang hier Ja Obwohl du eben besser warst Das ist eigentlich doof Warum Ja, du und Ash forscht die Strecke Der ist aber auch was heißlich, ey Obwohl, nein Geht voll Der sieht einfach nur verdammt böse aus Hoch, 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 hoch Nein, hoch Noch weiter hoch Hör nicht auf mich Ich laber du scheiße, ich laber du scheiße Schießen Schießen Long range shot Okay, und runter Runter, volle Pulle Weiter rechts Ja genau Und jetzt gehst du weiter Und immer den Bananen hinterher Oh Gott Oh Gott Bremsen immer richtig ab, ey Hey Hier bist du gestorben Oh, wie schlecht Ach man Da ist er Miau Aber ich war recht weit vorne Achso Wir waren noch nicht mal beim N, ne Wir waren noch nicht mal beim N Ist doch egal Hup Ja Stirb Oh, jetzt hab ich nicht Start verpasst Ach, hier ist das K Pssst Ich dachte, dass... Ich dachte, dass... Ich dachte, dass du da nicht verschissen hast Oh mein Ah, du hast... Ich hab Bananen Nicht schlecht Ich küsse hier verdammt Scheiße Unglaublich schlecht Ich war wirklich Unglaublich schlecht Niau Da war er wieder Achja Das wird noch ein langer, langer Part Wenn das nicht sogar dreifahrts wäre Aber während des Rennens können wir ja auch nicht einfach mal so Wiederaufnahmen erdrücken Oder das müsste dann der andere machen Nein, das ist scheiße Aussehen Ja, pass auf einmal Töte die Biene einfach und so nennen wie Bananenwetter Stimmt Klotz mir nicht an, ihr dreckige Biene Kann das sein? Schießt du nächstes Mal bitte nur eine Biene ab und läufst da durch Mit rechts Oh Gott Ohohoho War irgendwas? Ne, war noch War cool, war richtig cool Und zwar diese Bremse aus Miss... Oh, Misschnilm, Forcible Die kann man nicht füllen Ne, muss weiter nach hinten, Mann Halt die Fresse, die drehen sich gleich Und weiter, go, 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 go Alter, das ist so knapp Ja 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 Ja